so ein herzliches willkommen zurück meine damen und herren ich bin sicher dass da was war ja 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 beruhigt euch alle bitte ich habe die hier schon mal positioniert ok es ist nicht anders möglich als so bin dran habe ihn jetzt müsste ich sehr theoretisch auch angelockt haben ein geräusch lang verdächtig versteht ich höre geräusche goldschlabel da war was alles was gehört wenn der jetzt hier im nahkampf auf die leute abmucks fidel bewegt sich fidel bewegt sich abverstanden natürlich finden bin dran fidel verliere blut bin dran abverstanden fidel bewegt sich ich hab was zum abschießen alles klar liquidiert versteht ja alles klar ich hatte feinde grünschnabel das macht mir nichts aus haben sie von mir gelehrt ja kann nicht schießen ich sehe einen ich atme letzte Luft alter schweder ah ok weil er weil er dings ist was nun verstanden weil er offene Wunden hat also offene Wunden ok das war eine gute Wunde muss ich sagen es wurde alles erledigt habe verstanden die hat mir sehr gut gefallen hm die würde ich jetzt am liebsten speichern aber es geht nicht sind die eigentlich immer noch aufgeregt schein sauer ich will speichern ok verstanden so erstmal ladet ihr für alle nach ja bereit für den erwarte Befehle alles klar ok hier ist was ich kann den nicht das sind ja immer noch neun welche waren denn das jetzt am zweiten Punkt ok den kann ich nicht angreifen das geht nicht ah jetzt kann ich speichern sehr gut den kann ich also den könnte ich im Nahkopf angreifen logisch ich gucke den aber auch nicht dass ich hier vor ihm umherlaufe ok alles klar ja Fidel versteht ah werfen wir ruhig einen hohen Bogen bin dran Fidel bewegt sich ok der war mies der war der war sehr mies im hohen Bogen genau auf seinen Nacken und da ist das scheiß Ding explodiert Wahnsinn ah so Fidel bewegt sich ich komme mal wieder zu dem Akt hier ich muss einfach nur hier irgendwie durchkommen also was ist einfach nur es ist ja ne schon kunst darauf hinzukommen bekomme ich das kann ich denn nicht speichern alles klar alles klar habe ihn ok ok sehr gut die hat auch genau da in der Mitte eingeschlagen allerdings hat Fidel wieder einiges kassiert ja hab verstanden ja wieder einer down ok was ist das soll die Jungs einfach gar nicht zur Ruhe kommen lassen ok hab verstanden ah man immer noch einen kleinen Fuzel den er abkriegt alles klar hab Feind hab verstanden Fidel bewegt sich Fidel bewegt sich bin dran hä wer schießt denn hier auf mich ja ok kein warten mehr der muss sterben oh yeah ach nein Fidel hat es auch erwischt damn alter gute Idee eigentlich mich immer quasi nur einem einzigen nähern oh jetzt will ich mal wissen wo der hier rumliegt oh nein das ist aber noch der Typ ein Geräusch das Ding sagt der Typ bin anwesend hoffe es stimmt ich bin sicher dass da was war sorry also der ist easy der ist easy ähm ja komm mal bitte nach vorne alles klar verstanden jemand hat etwas hinterlassen ich hoffe dass die da geschützt ist da alles klar Feind wir wissen dass der Feind hier ist er kann alles vorhaben wir wissen dass der Feind hier ist er kann eh schlafen wieder oh das ist jetzt ganz mieser viel neutralisiert Ecke hier sehr schön und jetzt kommen die hier nach und nach hoffentlich oh speichern so jetzt sind sie nämlich von beiden Seiten also Seiten abgelenkt alles klar es hat noch viel zu lange gedauert man so jetzt muss ich die Typen da irgendwie raus locken also ich mach das jetzt hier aber definitiv etwas gehört alles mal ein bisschen offensiver da so was ist jetzt los äh hallo hä wer 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 schießt denn hier ja keine Ahnung irgendjemand hat geschossen ähm nun Mr. Conrad aufstehen hab verstanden kommen sie sie legen sich bitte mal echt gucken Feind in Sicht Feinde sind im Gebiet ganz genau so da war was Feinde sind im Gebiet verstanden hab verstanden so wie ist denn ein Blick ja genau so hätte ich dich gerne ja okay gut den kleinen Kratzer kann ich verkraften kann ich nicht speichern ist doch eine Granate bist du aber der flinkeste eigentlich ne der flinkste ich hab mir hinten leider nix wo ich hin kann ja okay ich höre Knall Fidel bewegt sich kein Warten mehr der Kerl muss sterben hab verstanden komm doch mal raus damit aus deiner Ecke ach ihr würdet mir so gefallen tun wenn ihr da jetzt mal alle raus käme ich kann auch noch nicht speichern man dammit na hilft nischt mit Midel versteht same procedure as every year okay kein Warten mehr kacke maan das Ding braucht einfach viel zu lange ja bin dran ich habe definitiv etwas gehört habe ihn nein ich bin getroffen habe ihn ich bin sicher dass da was war da war hä ich letzte luft ich bin getroffen das ist viertel fanz kein großes problem was was ich liege hinterm auto wieso wie was vor allem ich habe ja offiz also ich habe ja selber keinen gegner gesehen den ich anvisieren konnte und die haben mich einfach komplett zerschossen was nun man ich kriege einen zu viel mit dieser scheiß ecke hier hör auf da zu schleichen renn da hin hör auf vor allen Dingen wie will denn der da getroffen werden renn hier hin rein warten ich bin wieder hinter einer ruine ich bin hinter einem auto Ich bin hinter einem Auto. Warum schießt ihr denn? Also, warum trefft ihr mich denn? Klar, das Ding hat offene Türen und so weiter, aber ich habe mich ja selbst hier hinten genau dahinter versteckt, wo die Tür ist. Ich habe definitiv etwas gehört. So, ich renne jetzt, hinter dieses Auto. Lege mich hin. Es tut mir wirklich leid, aber ich komme einfach nicht voran. Ach, ich kann nicht so. So, Waffe in die Hand. Mein Sohn. Da hinlegen. Alles klar. Boah, Alter, die bumsen mich so heftig weg. Das ist unfassbar. Unfassbar ist das. Ich habe definitiv etwas gehört. Psst. Da war was. Kein Warten. Fein! Ich bin beschäftigt der Kerl. Okay. Getroffen! Leg dich! Boah! Ich dreh durch. Ich dreh durch, wirklich. Ich dreh sowas von durch. Oh, da schon wieder 13 Minuten und ich habe, weiß ich nicht, vielleicht 5 Gegner getötet. Naja, 6 vielleicht. Oh, das nervt mich gerade so extrem ab. Diese Kack-Ecke hier. Warte Befehle. Ich habe definitiv etwas gehört. So. Bin dran. Fidel bewegt sich. Alles klar. Feind! Oh, viel zu lange. Feind! Viel zu lange. Da war was. Ich bin sicher, dass da was war. Ist der tot oder steht der da? Erwischt! Äh. Also, ich glaube, er ist tot. Ich glaube, der wird nichts mehr machen. So. Speichern kann ich nicht. Kommt mal bitte raus da, ihr beiden. Vor allem, das sind beides Scharfschützen. Okay. Bombastischer Treffer. Wirklich bombastischer Treffer. Hab verstanden. Fidel versteht. Okay. Beides Scharfschützen. Die dürften nicht so schnell schießen. Hey! Gesehen? Fidel von Kugel getroffen. Nee, ist hier diese NF. Das sind gar keine Scharfschützen. Mein Fehler. Sorry. Fidel versteht. Ja, okay. Die treffe ich nicht. Mann, Alter. Jetzt sind die aber genau dahinter. Fidel versteht. Feinde sind im Sektor. Kontakt. Sie können mich nicht treffen. Ja. Einzige, was wir machen können, sind Granaten. Der Typ da oben ist so geil. Ähm. Bin dran. Hm. Grasgranate. Ja. Wieder abgelenkt. Alles klar. Fidel bewegt sich. Alles klar. Das Ding sagte miese Typen anwesend. Hoffe es stimmt. Fidel bewegt sich. Fidel bewegt sich. Fidel versteht. Ja. Ach, dammit. Und die trifft. Ach, der trifft doch noch. Scheiße. Ah. Ah, wo ist er, wo ist er, wo ist er? Was jetzt? Vom her. Rennen. Rennen. Bin dran. In Ordnung. Laufen. Auf dem Weg. Lauf. Auf dem Weg. Verstanden. Alles klar. Oh Gott. Ich hab's aber immerhin geschafft, diesen ersten Punkt einzunehmen. Ah, vielleicht ist offensiv manchmal doch gar nicht so verkehrt. So, komm, hol ihn ins Leben zurück. Was soll ich als nächstes angehen? Ja, ein bisschen könnten wir ihn noch heilen. Aber ist egal. Auf dem Weg. Oh Gott. In Ordnung. Hä? Erwarte Befehle. So, Spider, komm wieder zurück. Mit euch werde ich, naja, vielleicht irgendwann mal vorgehen. Verste... Ich brauche eine Pause. So, ja. Auf dem Weg. Verstanden. Nicht zu nah, nicht zu nah. Alles klar. Okay. Okay. Alles klar. Ja? Erwarte Befehle. Hm. So, ihr beiden bitte, mal mitkommen. Unterwegs. Lauf bloß nicht zu nah an der Mine vorbei. Danke. Bin unterwegs. Bei euch beiden werde ich jetzt... Äh, werde ich jetzt... Bin dran. Was nun? Ja? Alles klar. Kann ich immer noch diesen Sektor verlassen? Bin dran. Muss ich den jetzt komplett einnehmen? Hm. Hm. Ja, ist doch fein. Ach, ich muss hier oben bleiben. Ärgerlich. Bin dran. Komm mal her. Check. Unterwegs. Ja? Okay, Roger. Legt euch mal hier hin. Ja? Seht ihr zufällig diesen Typen? Also, ich kann es mir auch nicht vorstellen. Ist da ein Panzer? Wer hat erzählt, dass es nur vier Panzer in diesem Spiel gibt? Von euch? Hm. Weiß nicht mehr. Aber ihr habt mich angelogen. Es gibt mehr Panzer. Und irgendjemand meinte auch, in Meduna gibt es keine Panzer. Alles klar. Ihr habt mich angelogen. Es gibt einen Meduna-Panzer. Keine Miene im Eingang. Ja. Ja. Ah, wen nehmen wir denn dafür? Was nun? Das hier. Das ist der Tor bei uns. So, speichern. Alles klar, Grünschnabel. Sieh her, Grünschnabel. Sieh her, Grünschnabel. Sieh her, Grünschnabel. Ruhig. Jawohl. Zeug. Alles klar. Sieh her, Grünschnabel. So, dann nehmen wir uns mal den nächsten Punkt ein. Jawohl. Alles klar. Haben wir hier Probleme? Grünschnabel. Ja. Okay. Reden wir nicht drüber. Wie? Bitteschön. Erstens, wie hat uns der Panzer erkannt? Wir laufen hinter einem LKW. Also wir kriechen, also wir... Crouchen hinter einem LKW. Dann zweitens, wie schafft er es über diesen LKW? in einer Flugkurve genau hier hinzuschießen. Das geht nicht. Nicht aus dieser Entfernung. Das sind schon wieder Sachen. Hört mir einer auf. Wirklich. Hört mir auf. Ja. Die Party kann losgehen. Alles klar, Grünschnabel. Sieh her, Grünschnabel. Ich hab was zum Abschießen. Feind! Ich höre Geräusche. Ja, sehr schön. Hä? Grünschnabel. Sehr schön. Ein Windstoß wird es noch spektakulärer... Sieh her, Grünschnabel. Ein Windstoß wird es noch spektakulärer aussehen. Alles klar. Alles klar, Grünschnabel. Sieh her, Grünschnabel. Feind. Also, wie der Panzer... Naja. Ich will es nicht wissen. Gut. Okay, haben wir. Ja? Jetzt kommt der Panzer dran. Boah, da muss ich hier durchschießen. Okay, ich probier's mal. Hab verstanden. So, erstmal kannst du die LRW in die Hand nehmen. Hab verstanden. Mist. Decke bis zum Hals. Hier ist eine Ladung, Grünschnabel. Alles klar. Okay, miese Sache. Da muss ich mir was anderes ausdenken. Ach, Quatsch. Kampf automatisch. Ja, da ist schon zu spät. Da fliegt... Da trifft die Granate gleich bei uns ein. Wie unrealistisch. Ach, man. Ach, man. Also, das ist doch wirklich beschissen. Jetzt geht die Granate durch den LKW wieder durch. Warum denn? Das Spiel ist ein wenig auf 3D gemacht. Boah, es ist zu weit weg. Ich muss mich... Ja, ich muss mich von dem Haus hier nähern. Geht nicht anders. Wir müssen durchs, glaube ich, Rind durch. Ich muss erstmal diesen Punkt hier einnehmen. Ach, auch von hinten. Alles klar, Grünschnabel. Dann rennen wir nochmal ein kleines bisschen durch das Labyrinth. Jetzt muss ich das mal angucken, wo ich lang muss. Was jetzt? Grünschnabel. So, da lang. Ich meine, ich kann es mir einfach machen. Ich klicke einfach hier hin. Verstanden. Bin dran. Ah, okay. Sie würden so laufen. Ähm... Gut, wo ist der Ausgang dafür? Da... Da hinten sind beide Sackgassen. Da zu dem Platz muss ich. Also muss ich hier hin. Wie Sie wünschen. Ich gehe davon aus... Ich habe es gelesen. Aber ich glaube jetzt irgendwie weniger... Oh, oh. Die perfekte Fall. Okay. Also sie haben tatsächlich Minen im Labyrinth ausgelegt. Das ist Dreckschweine. Ja. Ach, Mann. Jetzt muss ich wirklich durchs Labyrinth laufen. Und Minen... Kollekten. Ja? Hab verstanden. Erwarte Befehle. Habe verstanden. So, ich hoffe, dass uns der Panzer nicht sieht. Unrealistisch. Hier ist was. Interessant. Nein! 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 Ich höre Geräusche. Da war was. Interessant. Ich habe definitiv etwas gehört. Gut. Äh, ich mach Feierabend. Kein Bock mehr drauf. Ich hab mich gar kein Bock gerade mehr drauf. Auf diesen Kacklevel. Ich werd mir was überlegen. Ich bin getroffen! Und, äh, dann sehen wir uns übermorgen wieder. Haut rein! Tschüss! 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 Tschüss!